Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Skyrim. Dann legen wir gleich los. Speichern wir das Ganze. So. Ja, kann schon sein. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Danke. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Pharenga, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Ja, ist schon gut. Und mit Drachengerüchten. Ja, ja. So, jetzt tut mir leid hier. Kann man das nehmen? ein bisschen hier einpacken ich glaube ich hätte da jemanden der euch bei eurem drachen projekt helfen kann nur zu weit ihnen alle einzelheiten ein der jahr glaubt also ihr könntet mir nützlich sein aber natürlich er muss an meine drachenforschung gedacht haben ja ich könnte jemanden brauchen der etwas für mich besorgt und mit besorgen meine ich dass ihr in einer gefährlichen ruine nach einer alten steintafel suchen werdet die vielleicht gar nicht dort ist in ordnung wohin soll ich gehen und was ich holen ihr kommt gleich zur sache was ja fragen nach dem wie oder dem was das gefällt mir sollen sich eure auftraggeber mit den einzelheiten klagen was habe von einer steintafel erfahren die im ölsturz hügelgrad liegen soll einem drachenstein mit einer karte verschiedener drachengrafstätten die tafel liegt vermutlich in der hauptkammer des ölsturz hügelgrabes geht dorthin findet die tafel und bringt sie mir ganz einfach so hier ist die karte ich sein wird euch eine belohnung zuteil und weiß lauf wird in eurer schuld stehen ja okay dann gehe ich ja mal und wieder ein wanderer der die stiefel meines vaters lecken möchte gut gemacht ja okay ich habe ja ein paar objekte bekommen irgendwo soll sich das zeug hier irgendwo hier drin ist nix wo wir gebrauchen können immer wieder raus jetzt müssen wir nach dieser steintafel suchen ja die trankfeste verdankt ihr namen den ehemaligen nordhelgen olaf ein auge olaf ein auge ja liebe mutter liebe mutter ja das ist so ein gesang aus dem schwarzen sakrament der dunklen bruderschaft ja man kommt so regnet es das sind hier die das feuer so die karte und wo müssen wir hin sprich irgendwie mit da unten bringe den drachenstein in deinen besitz markieren wir mal den hier haben wir jetzt eigentlich mehr gold bekommen oder immer noch 46 gold stücke wie man sehen kann was gibt's denn dann mache ich mal mich hier auf den weg und werde mir und gehen wir raus hier ich schraube vielleicht die audio ein bisschen runter hier so das sollte genügen und gehen wir weiter hier kann man auch verkaufen es ist schon ärgerlich genug dass mir all diese männer ständig anträge machen ja ich will verkaufen händler gegensteine unterhalb des trennstrichs gehören dem händler gegensteine unter ja schon kaufen oder zu verkaufen wähle hinaus und drücke e die hat das zeugs und ich werde mir mal ein paar sachen verkaufen hier das brot haben wir zwei verkaufen ja die karotten können wir alle hinschmeißen wein, ziegarkäse ziegarkäserad haben wir noch zwei hier schmeißen wir auch gleich fort ah wir haben schon ein Jahrhundert das sollte es reichen stehlen ne ich muss jetzt kann mir leider noch kein äh pferd leisten das ist ein bisschen blöd ja wo es kann es macht keinen Spaß ständig nur herumgeschossen zu werden so wieder mal laden der Zirkel ist ein kleine Gruppe der vertrauenswürdigsten gestanden gestandensten Krieger aus den Reihen der Gefährten ja sagt uns auch nichts hier das gleiche oder der gleiche Gesang und was ist denn das für ein Ding links so ich geh mal hier zu Objekte Waffen und schmeiß mir mal ein Schwert mit Eisen und das ne so wollte ich oder Eisen Krieg Axt 19 gehen wir mal so und jetzt schauen wir mal wie sich das so wiegt das sieht doch schon gut aus also wir müssen da entlang Achtung ich spring das war cool ich wünschte ich könnte etwas anderes sagen aber überall im Himmelsrand ist von Drachensichtungen die Rede so kannst du etwas überkaufen da ne kannst du nicht so man das ist mir einfach ein bisschen noch zu laut hier tut mir leid für das so zurück und wir gehen weiter ich hole mir jetzt mal das Schwert hier und schmeiß mich mal in Schale ich will mal schauen hier wie weit wir noch laufen müssen wir sind jetzt eher davon von der Drachenfeste bis hier und wir müssen nach da dann noch die bisschen mehr als die Hälfte hat man schon hingelegt wir müssen ja mal hier durch das ganze Gebiet laufen so gehen wir mal nehmen wir mal den Weg da nach oben ja so geht nur hüpfen so ist zwar ein bisschen blöd hier rüber zu laufen ne ich ne ich gehe lieber rundherum das hat mir schon schon gekostet ist ein bisschen komisch oder nicht komisch sondern blöd und ich gehe einfach mal weiter 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 um den Berg herum ist es eigentlich besser so also rechts herum oder links herum ja ich gehe einfach mal links herum das sollte mir jetzt so das wird jetzt ein sehr langer Weg oder ein sehr langer Marsch übrigens meine Rüstung ist beweglich wenn ich so lauf dann schwingt die irgendwie Gesundheit niedlich deine Gesundheit ist nie die du solltest einen Trank trinken oder einen Heizsaber anwenden um dich zu erholen so und was mache ich jetzt wenn ich gestorben bin ich kenne euch doch so was mache ich jetzt hmmm muss ich wieder das ist jetzt blöd muss ich ehrlich zugeben muss ich ehrlich zugeben was passiert mir jetzt hmmm da einfach wieder auf den Punkt da wo ich herkam zuletzt ist auch bequem wir müssen einfach wieder den Weg nehmen jetzt wissen wir ja wohin da kann das nicht mehr so schwer sein man tut mir leid für diesen Zwischenfall kann das schon mal passieren fahr'n fahr'n mal den wohin er da reitet vielleicht können wir irgendwie mit ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen wohin soll's gehen wohin müssen wir da eigentlich ich also so map nach etzudur irgendetwas etzudur grip mit rote meine kutsche ist die sicherste Art zu wohin soll's gehen ö das hast nicht mal drauf auf wiedersehen ja dann lass mal stecken sieht mal hier wo's ja ich folge einfach mal den Weg Pelagierhof wisst ihr was ich nehm ein paar Rüstungen oder Bekleidungen ab vielleicht renne ich da ne lass ich's mal stecken vielleicht werde ich dann schneller rennen aber können wir da eigentlich rein mit dem Bauch voller Med wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute können wir rein das wäre nämlich cool ohne Brauerei ja so verabschiede ich mich hier von diesem Let's Play bis bald zum nächsten Mal bis bald zum nächsten Mal bis bald bis bald bis bald Vielen Dank.